ähm ich lauf schon wieder nur rum wie sonidiert pumpe eine pumpe haben wir da nicht schon mal eine gebaut? ne pumpe ne pump? ja die hast du da hinten angebaut achso oh ja wir haben ja hier wasser gebaut die kann ich dir nicht abbauen nein aber es gibt auch diese komischen dinge die aus der luftwasser ziehen äh aquaniator bla 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 oder so ein schmal ach ja doch stimmt den noch daran erinnern? ja aaaaku akkus akkus ich weiß gar ob das ist, ich baue eine pumpe da bist du durch nach da hinten baue es nur aus glas so was denn? so cool ja 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 äh oh god es tut mir so leid ah ich hab hier noch irgendein gerät bei mir sludge boiler gut adam gut gut gell redstone eisen und sticks sticks können wir so machen das rezept kann ich dann ah nein das ist keine workbench äh so 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 ah ne wir brauchen da ja noch mehr äh drin ah man ey ich hätte schon längst ne automatische kaktuswaren bauen sollen so viel pipes wie wir brauchen ja du depp bau mal ne sludge ding jetzt hin äh äh was ist das hier? faszinierend faszinierend äh ja ich baue ja jetzt chill 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 in der ruhe liegt die kraft marco voll langsam ja ich weiß und? äh äh redstone redstone auch zu schön um wahrzunehmen oh ab und zu mehr glück als verstanden äh so so und so boah bin ich gut dann brauchen nein einen glasbehälter hab ich auch hüpp 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 oh nice äh dann brauche ich bestimmt gleich wieder so redstone engines äh glas äh komm schon irgendwo glas 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 ah oh höchstens äh ich hab's noch aufmerksam gerade spannen wie so ne fliege äh äh ah da glas äh 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 redstone man wundert dich nicht falls irgendwann von mir kommt zu wo bin ich äh was mach ich hier was ist denn los was ist kaputt äh 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 gott bin ich verspult sag klick 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 ich baue einfach redstone engines kann nie schaden oh ah die 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 workbench ist noch verwirrend für mich warum die nimmt auch einfach ressourcen äh aus im inventory und so und irgendwie verbrate ich hier viel zu viel zeug ach egal ach egal ja nochmal passt schon wird schon klappen irgendwie klappt immer ahja gott Hä? Äh, so, oder? Ja. Geil. Nein! Okay. Seit wann ist das so? Wow. Okay. Was ist los? Was ist los? Was sind das für komische Holzarten? Wo ist das nochmal? Gleich kommt's, gleich kommt's. Äh, mein Gott. Ich hasse es im Wasser zu bauen. Anni, ich tippe mal Wood ein. Moment, das sah eins cool aus. Äh, next. Äh, da. Da, was ist das? Äh, cracked tower wood. Wie meint das? Wo kommst du her? Äh, steht nicht da. Infested tower wood. Was zur Hölle ist das? Minewood. Hä? Äh, ich glaub, das ist zu hoch für uns. Äh. Äh, redstone engine. Äh, piston, glas, zahnräder, äh, holz. What the heck. Okay. Äh, ähm. So, dann nochmal zahnräder. Äh. Äh, weil ich cool bin, mache ich jetzt was besonderes. Ach ne, scheiße, sind schon wieder zu wenig. Ah, Gott, ich hab schon wieder so viel gehört. Naja, jetzt hab ich echt keinen Bock. Nein. Ist hier wieder dunkel. So. Katastrofe. Stand ich jetzt den ganzen Tag hier an der Workbench. Äh, hepp, hepp. Sehr interessant, sehr interessant. Ja, ich hab so gut wie gar nichts erreicht. Und du? Ja, ich hab ne Kaktus dahingestellt. Äh, noch weniger als ich. BAUM! Alter, bist du geflogen? Wo ist... Gott, warum ist denn nirgendwo eisend? Also, ich hab grad alles verschwendet für... Was ist los? Für Redstone engines. Ne, weil du so weit geflogen bist und einen Sandblock dann platziert hast. Sah lustig aus. Hat mich amüsiert. Ich stell mich vor dich und älger dich. Dann können wir Leute nicht mehr wegschieben. Das war viel lustiger früher. Äh, äh, äh. Jetzt können wir fett und hässlich werden. Nie wieder laufen, Marco. Oder du machst es so wie ein Hamster. Äh, 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 äh. Oh Gott. Alter, ab sofort werden die Folgen etwas länger. Oh Gott, da ist ein Creeper hinten am Kraftwerk gespotten. Oh mein Gott. Oh Gott. Ich komm nicht dagegen an. Oh Gott, er kommt her. Er kommt her. No. Wo ist er? Ey, hinter dir. Da, da, da. Da, hinter dir. Oh mein Gott. Oh, du hast dein Mund verloren, Marco. What the fuck ist passiert? Wie fair legt das aus? Wie du dich die ganze Zeit weggedreht hast von ihm. Ja, dann mach mal, mach mal das Wasser weg. Herrlich. Die ganzen Torches hier unten, ey. Hast du das schon weggenommen? Ja. Ich hab nur Angst, dass gleich der nächste Creeper kommt. Wo ist er? Wo ist er? Ich dachte, er wäre irgendwo bei dir näher. Oder so. Diese scheiß Laufbänder. Die sind schön. Unsere Vogelscheine hinten hat nichts gebracht. Die Eisenrüstung. Ich komm nicht ins Wetterdorf. So können wir uns auch protecten. Ein Mob kommt ja auch nicht dagegen an. Glaube ich. Muss ja was aufbauen. Pass auf, da hinten bei der Lava-Halle sind Creeper. Okay. Das sind drei Stücke, auch bei der Kaktusfarm. Schau mal, man kann auch nicht rüberjumpen, gell. Ne, aber ich will gerade noch was ausprobieren, was lustiges. Schau noch, das funktioniert. Wenn ich gleich eine Kiste hinstelle. Du wirst sterben, bevor du mich berisst. Guck da ranmach. Oh, schade. Das bringt nichts. Das reinploppt? Ja. Oder von unten. Ne, oder? Von unten. Ne, eigentlich unlogisch. Das wäre ja unlogisch. Du musst die Nimmersatt-Kiste bauen von TomCraft. Ja, dafür musste ich jetzt erstmal TomCraft drauf. Aber es gibt noch, äh... Mach's einfach mit einem Obsidian-Pipe, scheiß drauf. Warum ist das jetzt hier voll? Wir haben wieder weniger Strom, gell? Du hast nicht alles an. Ja. Ja, weil der Fermenter hier wieder zu viel Plantballs kriegt. Ja. Mach mal eine Engine noch an, oder so. Weißt du, das ist unser Kraftwerk, das ist im Arschspalt, also nix Lava mehr. Ja, ich baue ja schon hier, ich baue ja schon. Ja, aber das wird nicht fertig, wenn wir so viel Energie verbrauchen. Äh, heul nicht rum. Sag's bloß. Na, na. Der Lava-Generator braucht nämlich auch Energie zum Produzieren, falls wir dann mal nochmal Neterex brauchen, oder so. Brauchen wir nicht. Langsam wird's kritisch. Brauchen wir nicht. Ja, gut, dass ich gar nichts mehr zum Bauen hab. Wir besorgen uns dort. Ah, Mann. So, Obsidian Pipe. Komm her. Äh. Was ist denn mit einem Barrel? Ich brauche einen Barrel. So, ja. Barrel. Äh, Barrels sind da irgendwo in irgendeiner Kiste. Ich weiß nicht, wo. Vielleicht habe ich auch alle verdonnert. Verballert, nicht verdonnert. Ich nix Deutsch. Hab schon gefunden. Äh, und der Laser, stimmt, der hat, glaube ich, so viel Energie gezogen. Ich hab den laufen lassen. Der hat die ganze Zeit Barrels produziert. Oh, Gott. Ähm. Äh, hast du einen Eimer? Ja. Wir hatten doch mal sowas, gell? Hast du den bei dir? Ja. Krieg ich den? Arschbombe! Watz! Den, 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 den. So. Ähm. Wie war das jetzt nochmal? Gibt mir... Eimer! Ah ja, stimmt, die Pipes gibt es ja auch noch. Gott, ey, ich habe das alles irgendwie zu tief gebaut. Egal. Weil du ein Nahab bist. Ich habe 15 Redstone-Engines, gell? Ich war jetzt gut, voller Tatendrang, habe ich welche gebaut. Und ich palauere heute, glaube ich, so den harten Schrrrrr. Scheiße. Bullshit. Warum gut sind eigentlich keine Bullen in Minecraft? Gibt nur weibliche Kühe, ist das schon mal aufgefallen? Haben die jetzt nicht Hörner gekriegt? Ja, aber sie haben trotzdem Euter. Ist doch irgendwie nicht so logisch. Okay, Wasser kriegen wir rein. Dann, äh, ich trau mich nicht. Ich bin ja nicht. Marco? Ja? Ich trau mich nicht. Was traust du dich noch anzumachen? Boiler anzumachen. Soll ich? Ich pumpe da mal rein, oder? Ja. Könnte kritisch sein. Ich pumpe rein. Scheiß drauf. Bist du sicher? Ja. Na gut. Probieren wir es einfach aus. Mach einfach. Es kann, es müsste schon passen eigentlich. Wird schon passen. Äh, nur ich brauche hier... Ah, es tut mir leid. Was brauchst du jetzt schon wieder? Das ist eine Redstone-Pipe. Um. Läuft das jetzt raus? Das läuft gar nicht automatisch raus. Das ist voll dieses Märchen, was du erzählt hast. Ja, um was geht's? Es muss unten sein, der Anschluss. Du wolltest es nicht haben. Ja, weil ich gedacht habe, du machst eine Redstone-Engine. Okay, aber ich block... Oh Gott, ich lauf, 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 lauf. Ah, dann. Oh, du musst schneller sein, als das Öl. Da fuck. Äh, ja, weil ich block das noch, damit das die Pipe voll macht hier. Kann gut sein. Ist aber auch eigentlich gar nicht so schlecht. Hm. Da, da, da. Es fließt, es fließt. Siehst du's? Siehst du's, Manko? Siehst du's? Siehst du's? Siehst du's?